1-2 2 zurück 2 steht Ausweich nach hinten 1-2 1 steht 2 zurück 2 steht Ausweich nach hinten 1 steht 2 zurück Nein, nur Sprinte sind Auf dem Berg geht das nicht Okay, Übungsabbruch oder Ende Das lief schon wesentlich besser Mir ist gerade noch eine spontane Daniel-Düsen-Trieb-Idee gekommen Ich habe festgestellt, dass es hin und wieder doch Feuerlücken waren Das ist jetzt nicht so das Drama gewesen Was das Thema Nachladen und so angeht Um das ein bisschen rauszuzögern Können wir es so machen Ich sage es mal so Das muss man an der Feindstärke ein bisschen orientieren Wenn der Feind wirklich sehr stark ist, dann rotzt drauf, was ihr habt Wenn das nicht der Fall ist So wie jetzt da Sagen wir Schütze im Gebäude oder irgendwie so ein Scherz Dann macht es so Dass der Von dem Trupp Also von dem Halbtrupp Der sich absetzt Und das Feuer eröffnet Wunderbar Der Truppführer Dann Übungsbeginn 1 geht 2 geht 3 geht Trupp geht 2 geht, sorry Macht nix Ich habe gerade meine Schwert zugehört, sorry Okay Und hört auf euch zu entschuldigen Bittet um harte und gerechte Strafe Yes, Sir Ins Bein, nicht im Kopf bitte Halbtrupp 2 enger zusammen Trupp 1 macht es genau richtig Perfekt Kontakt vorne Ausweich nach hinten Na 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 Ja Okay Rocko, was ist los das Feuer? Tut mir leid 1 steht 2 zurück Ich bin total unvorbereitet Kai Walker, was machst du? Steh auf Ich muss Monitür noch den Rucksack holen 2 steht 2 steht 1 aufzuweichen Jetzt habt ihr ein Problem 1 steht 1 steht Wolf, Raucheinsatz nach eigenem Ermessen Ja 1 steht 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2